Musik Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hossack ist angetreten, das Bildungssystem vom Grunde auf zu reformieren. Hinter ihr liegt aber ein Jahr, in dem fast alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann. Frau Minister, das Chaos beim Bifi, bei der Zentralmatura, die Ab- und Zusage bei PISA, bei der Frage einer gemeinsamen mittleren Schule, nicht wirklich weitergekommen. Ganz ehrlich, im ersten Jahr sind Sie gescheitert? Sie haben jetzt so viele Dinge aufgezählt, wo ich sagen kann, dass etliches schon wieder repariert ist. In der Tat ist es so, dass das erste Jahr sicher von sehr vielen Herausforderungen bisher geprägt war. Und vieles, was zu bewältigen war, sind ja Dinge, die in der Vergangenheit aufgepoppt sind, was ich nicht meiner Vorgängerin angreide, bei weitem nicht, aber die sich entwickelt haben. Die Regierung hat das Sechs-Punkte-Programm bei der Regierungsklasse beschlossen. Dieses Sechs-Punkte-Programm der Regierung beinhaltet aber fast ausschließlich Punkte, die ohnehin schon im Regierungsübereinkommen stehen oder auf denen man sich längst politisch geeinigt hatte, wie zum Beispiel die tägliche Turnstunde oder auch den besseren Übergang zwischen Kindergarten und Volksschule. Das ist ja nichts Neues, dieses Sechs-Punkte-Programm. Das ist doch keine echte Bildungsreform. Erstens ist das Tempo neu. Ich glaube, diese Einigung in Schladming beschleunigt diese Prozesse enorm. Denn ansonsten Dinge, die im Regierungsprogramm stehen, für die hat man in der Regel fünf Jahre Zeit. Und wenn ich etwas sehr schnell vorantreiben möchte und der Koalitionspartner das jetzt nicht prioritär so sieht, so kann sich sowas ziehen. Dieses gemeinsame Bekenntnis, diese Sechs-Bereiche sehr schnell umzusetzen, das ist die neue Qualität dieser neuen Zusammensetzung, vor allem für den Bildungsbereich, würde ich meinen. Spannend war ja vor allem auch, was nicht drinnen gestanden ist in dem Sechs-Punkte-Programm, nämlich die Gesamtschule. Da haben Sie immer gesagt, aufgeben, tut mir einen Brief, ich kämpfe weiter dafür. Haben Sie in Schladming für die Gesamtschule gekämpft? Haben Sie das damals angesprochen? Die gemeinsame Schule oder Gesamtschule oder die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, wie immer man diese Schulart, dieses neue pädagogische Konzept nennen möchte, die steht auch nicht im Regierungsprogramm. Also bin ich trotzdem der Auffassung, dass wir immer wieder darüber reden. Und das habe ich natürlich in Schladming gemacht. Ich habe es auch bei den Regierungsverhandlungen getan. Aber gewisse Dinge brauchen entweder mehr Zeit oder sind in einer Legislaturperiode nicht umzusetzen. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Die Gesamtschule bleibt mein Thema. Und nur weil es in sechs Punkten nicht jetzt vorhanden ist, heißt das nicht, dass wir nie mehr darüber reden. Es wird ja schon darüber geredet. Nämlich eine Light-Version, wenn Sie so wollen, sind die sogenannten Modellregionen. Und da soll sich mal die ÖVP jetzt einigen, was sie will. Ich bin nicht abgeneigt, auch diesen Modellregionen positiv gegenüberzustehen. Das habe ich schon in meinen Antrittsinterviews vor einem Jahr gesagt. Und wenn wir hier mit Staatssekretär Mara, mit dem Herrn Kollegen Mitterlehner weiterkommen, bin ich die Erste, die dabei ist. Ach, die SPÖ-Minister haben die Gesamtschule auch nicht eingeführt. Kann man dieses Versprechen ewig vor sich hertragen, ohne tatsächlich es auch mal einzulösen? Sehen Sie, und darum baue ich jetzt auf diese politische Reformkommissionsgruppe. Denn genau in dieser wird und muss koalizionäre Überzeugungsarbeit auch geleistet werden. Wo wollen wir, dass in fünf, in zehn, in 15 Jahren unsere Kinder sind? Welche Abschlüsse sollen sie haben? Welche Niveaus sollen sie erreichen? Und da wird Überzeugungsarbeit notwendig sein. Und da werden wir uns auch Expertise holen. Wenn ich nicht überzeugen kann mit den Argumenten der anderen, dann müssen wir uns auch von außen das ein oder andere an Argumenten aus der Wissenschaft holen. Das ist längst bekannt, dass nach innen differenzierte Schulsysteme einfach gute Ergebnisse bringen. Aber ist das der Weisheit letzter Schluss, dass man jetzt Modellregionen, Schulversuche und all dies macht, denn im Prinzip liegen die Konzepte doch längst am Tisch. Man weiß doch, wie eine Gesamtschule ausschauen würde. Man kann sich nur nicht politisch darauf einigen. Ist das nicht ein seltsamer Umweg, den man mit diesen Modellregionen macht? Wenn eigens Landeshauptleute hier eigene Wege beschreiten wollen, weil sie sagen, für mein Bundesland, für meine Region ist das einmal ein erster Schritt in Richtung gemeinsame Schule, dann machen wir halt die Politik dieser Schritte. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Die Konzepte ja, sie sagen, es liegen auf dem Tisch. Es gibt noch keinen politischen Konsens, das auch gemeinsam für alle anzugehen. Daher wählt man diesen Weg. Warum nicht? Etwas, das bereits versucht wurde zu reformieren, war die Hauptschule. Da hat man die neue Mittelschule gemacht. Die gibt es jetzt seit einigen Jahren. Und da hat man Hauptschulen und AHS-Unterstufen eingeladen mitzumachen. Und von diesen 1073 neuen Mittelschulen, die es gibt, sind elf AHS-Unterstufen. Und Sie haben im Dezember gesagt, Sie wollen diese Zahlen an AHS-Unterstufen, die da mitmachen, vervielfachen. Seither sind es exakt null dazugekommen. Woran krankt es da? Das wäre auch ein Ziel, das mit dem Koalitionspartner vielleicht zu definieren wäre. Wie kommen wir dazu, dass wir genau dieses neue pädagogische Konzept der neuen Mittelschule, dass man nämlich das Unterrichten nicht nur zu zweit in den Hauptgegenständen, wir werden es auch in anderen ermöglichen. Man soll sich das aussuchen können in Zukunft, das Schwerpunkt setzen, diese Kompetenzorientierung und nicht nur das Wissen abfragen, wie es herkömmlich gemacht wird. Wie können wir das neue Konzept bewerben, dass auch noch mehr AHS-Standorte teilnehmen? Das wäre so der erste Schritt, quasi die Kinder zusammen eine Zeit lang zu begleiten und nach ihnen zu differenzieren. Wenn Sie so wollen, eine Vorstufe, eine gute zur gemeinsamen Schule ist in Österreich nicht diskutierbar im Moment. Darüber sprachen wir beide schon vorher. Das heißt, AHS-Standorte zu überzeugen, könnte auch ein gemeinsames Regierungsziel sein. Ich werde es sicher einbringen. Wenn ich ein neunjähriges Kind hätte in Wien mit guten Noten, welche Schule soll ich es schicken? Ich bin jetzt keine Wienerin, weiß nicht in welchem Bezirk sie wohnen und das soll aber beides keine Rolle spielen, denn ich glaube, die Wiener Neumittelschule ist ein gutes Mischkonzept. Das ist eine eigene Wiener Kreation, wo einfach an AHS-Unterstufenstandorten Neumittelschulen Eingang gefunden haben und dort ein gutes pädagogisches Konzept passiert. Aber auch in normalen Wiener, also in neuen Mittelschulen an Wiener Standorten. Aber die AHS-Unterstufe haben Sie jetzt nicht erwähnt? Die Wiener Neumittelschule ist so eine Mischform AHS-Unterstufen. Da weiß ich vom Herrn Bildungsstadtrat, dass hier Schulraum gebraucht wird und da schauen wir als Bund natürlich auch, dass was in unserer Macht steht hier an Schulneubauten auch möglich gemacht wird. Aber Ihre Empfehlung ist demnach die Wiener Mittelschule? Ich bin eine Verfechterin der inneren Differenzierung. Ich glaube, dass sie in der AHS nicht so passiert wie in Mischformen und daher ist meine persönliche Präferenz die neue Mittelschule.